So, beide Mannschaften fertig. Dann würde ich sagen, können wir starten. So, jetzt wird sich hier warm gespielt. Und dann geht es auch schon los. Dann sind wir hier im Stadion. So, ich hoffe, hier wurde die Nationalhymne von Rumänien geübt. Noch nicht, kriege ich gerade zugerufen. Er ist fleißig dabei. Der Moritz. So, jetzt geht's. So, und dann geht's auch schon los hier. So, Österreich in Rot, Rumänien in Gelb. So, hier muss noch eine Einstellung gemacht werden. So, jetzt geht's gut. So, jetzt geht's gut. So, jetzt geht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das war die Latte. Vielen Dank. Österreich mit der nächsten Chance hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Fabian, der hier für Österreich spielt, ist 16 Jahre alt, kommt hier aus Nordhausen, geht in die Lessing-Schule. Ja, und auch wie alle anderen sein Lieblings-Schule, wer hätte es anders gedacht. Ei, 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 da sehen wir das zweite Tor für die Österreicher. Was ist da, was ist da los bei den Rumänen? So, weiter geht's. So, weiter geht's. Ganz klar. Ganz klarer Fehlpass. Oh, kein Abseits. Oh, kein Abseits. Da hat er Platz. da sehen wir. Da sehen wir. Da sehen wir. Da sehen wir. Okay. So, jetzt Angriff. So, jetzt Angriff hier. Ball wieder abnehmen. Baulspiel, Freistoß für Rumänien hier. Baulspiel lang. Oh, der konnte noch retten. Aber Einwurf Rumänien. So, nächster Angriff der Österreicher. Sehr gut. Ein Fehlpass nach den anderen hier bei den Rumänen. Die Österreicher konnten sich jetzt hier wieder durchsetzen. Kein Abseits. Oh, hier war der Torwart zur Stelle. Oh. 39. Spielminute. Das 4 zu 0 für Österreich. Und jetzt hier Rumänien mit einer großen Chance hier. Und da fällt das erste Tor für Rumänien. Kurz vor der Halbzeit. 4 zu 1. Österreich gegen Rumänien. Oh, hier die nächste große Chance gleich im Anschluss. Und das gibt's ja wohl nicht. 4 zu 2. Wir haben jetzt hier innerhalb von zwei Minuten zwei Tore für Rumänien gesehen. Wie gesagt, hier ist noch nichts verloren. Da hätte der Torwart keine Chance. So, weiter geht's. So. 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 Sehr gut. Konnten die Österreicher aber klären. So. Und gehen wir in die Halbzeit. So. Dann haben wir hier einmal einen Seitenwechsel. So. 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 Dann geht es jetzt weiter. Zweite Halbzeit. Österreich gegen Rumänien. Die Rumänen direkt mit dem ersten Angriff hier. Beginnen viel, viel offensiver hier gleich in der zweiten Halbzeit die Rumänen. Lassen hier den Österreichern nur wenig Raum. Sehr stark gespielt. Da ist der Torwart zur Stelle. Kein Abseits. Auch hier konnte der Torwart klären. Da lassen sich den Ball abnehmen. So. 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 Und weiter geht's. Direkt mit dem Konter hier von Österreich. Torwart ist zur Stelle. So. 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 haben wir jetzt in der zweiten Halbzeit noch nicht gesehen. Noch mal der Angriff der Rumänen. Konnte aber geklärt werden. Hier der Konter, der Österreicher. Ecke Österreich. Oh, abgefälscht. Michael. Da war der Mann am Pfosten zur Stelle. Ahel. Oh, die nächste große Chance hier. Oh, vergeben. Oh, da kommt. Rumänien mit dem dritten Tor. Damit steht es 4 zu 3. Österreich gegen Rumänien. 77. Spielminute. Hier ist wirklich noch alles offen. In der ersten Halbzeit hat Rumänien innerhalb von zwei Minuten zwei Tore geschossen. Die Österreicher wollen unbedingt nachlegen. Aber der Torwart weiß es zu verhindern. So, hier haben wir einen Wechsel. So, Ecke Österreich hier. Oh, da wird er festgehalten. Ja, da wollen die Österreicher zu viel. Oh, das war gefährlich. So, noch vier Minuten Spielzeit. Aktueller Stand 4 zu 3. Oh, Torwart wieder zur Stelle. Wahnsinn, was der ja heute denn leistet. Nächste Ecke Österreich. Mit dem Kopf. Auch hier ist wieder der Torwart zur Stelle. So, wir haben zwei Minuten Nachspielzeit. Oh. Da ist der Abpfiff. 4 zu 3 der Endstand. So, im nächsten Spiel sehen wir die Niederländer gegen Österreich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ja, I surrender it.